Es braucht nur eine Blume. Am 8. Mai ist der 75. Jahrestag der Befreiung. Erinnern ist immer ganz persönlich. Deshalb braucht es auch keine große Gedenkfeier. Kommen Sie am 8. Mai mit einer Blume. Sie wissen, wo in Ihrer Region der gefallenen sowjetischen Soldaten mit einem Gedenkstein oder Ehrenmal gedacht wird. Wenn jeder, dem es ein Anliegen ist, dass deren Kampf für die Freiheit nicht vergessen wird oder bewusst vergessen gemacht werden soll, eine Blume niederlegt, wird es am Abend des Tages der Befreiung ein schönes Bild geben.